Aber ich werde nicht verlieren. Macht gut Schaden, ja. Gerade in Keramics. Gegen die Dienste ist es nicht so geil, gegen die Zeppeline. Aber erstmal... Erstmal Permastach und dann machen wir die instimmige Bräuer. Ich denke, bis 180 wird man es bestimmt hinkriegen, oder? Ja, ich versuche mal den X-X-X-5, der ist echt gut gegen Morbs. Ich weiß, dass er gut ist, aber er macht halt keinen Damage. Und er nicht so viel, wie ich mir wünschen würde. Und wie gesagt, die Morbs sind nicht das Problem. Es sind die Morbs in Verbindung mit den Keramics, die da rauskommen, die das Problem sind. Und dagegen bringt der Eistau einfach nichts. War eigentlich kein Erzmagier, weil ich mit dem Erzmagier schon zwei verdorren habe. Und ich dann eine andere Strategie brauche. Der kostet aus den 35.000, was mir ein bisschen too much ist, ehrlich gesagt. HiFire HD 2 hat in sich echt einen neuen Account gemacht, ey. Das ist so ein Typ, ey. Das haben wir das Morbs-Sperrfeuer auch noch. Falls da ein paar durchkommen sollten. Zum Beispiel wie die dreckigen Wermorbs hier gerade. Ich habe gegen die echten Probleme, ne? Was habe ich denn sonst gegen die gemacht? Ich habe gar keine Chance gegen die. Wermorbs sind gerade ein echt riesiges Problem, ne? Ich glaube, das ist ganz gut, das jetzt zu bauen. Die platzen ja richtig. Bam, Alter. Die explodieren ja fett. Hast du mir gar nicht zugehört? Der X6-5-Eistower mag zwar gegen die Morbs ganz gut sein, oder gegen Zeppelin, ne? Aber nicht gegen die Keramics. Weil aus dem Morbs kommt ganz, ganz viele Keramics. Dann hat er sie halt umbenannt. Kann man sich nicht irgendwo sehen? Es gibt die Möglichkeit, zum Kanal zu gehen, aber... Naja. Wäre schon gut. Die platzen ja richtig, ich brauche trotzdem noch 12.000. Das wird so schwierig. Bis 185 brauche ich die definitiv. Weil die DDTs, ich glaube, die kommen durch. Ich finde Church ist jetzt doch nicht so geil. Ja, das hat nur durch die Fähigkeiten sehr, sehr geil, ne? Ansonsten eher weniger. Highfire HD3. Mal gucken, wie weit es noch geht. Großmeister Ninja School King Keramics, ja. Aber ich kann nicht 40.000 Dollar ausgeben, was nur gegen Keramics gut ist. Das funktioniert nicht. 40.000 Dollar ist das so viel. Ich brauche unbedingt Permastacheln, sonst verliere ich. Runde 95, glaube, würde ich sonst verlieren. Definitiv. Weil da kommen extrem viele DDTs. Und rund 85 kommen eh schon DDTs, die wahrscheinlich auch durchkommen werden. Ultramodach muss ich auch noch skillen. Jetzt der Ultramodach ist gegen die Keramics. Alles gut. Wir haben schon was gegen die Keramics. Bringen ist Hubschrauber zu benutzen. Bestimmt. Aber der Apache Prime ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu teuer gewesen mit 48.000. Ich will aber Low-Cost-Türme haben, die trotzdem noch sehr gut sind. Alter, ich brauche so lange, um den Zomp zu killen, ja. Ist ja heftig. Ich habe wirklich keinen Damage. Hier ist halt ganz gut gegen Keramics und mit der Granate. Ich weiß nicht, was ich dagegen noch machen soll, ehrlich gesagt. Was mache ich gegen die Songs? Hier wäre auf jeden Fall noch mal so ein Dings ganz gut. So, einer hier. Aber der kostet auch schon extrem viel, ne? Ich habe gar nicht HD3 gesehen. Ich glaube, der HD3 ist wirklich ein anderer. Hat auf jeden Fall ein anderes Zeichen. Ich glaube nicht, dass das geändert wird. Okay, ich sehe irgendwie ganz, ganz mies, ehrlich gesagt, für die Runde. Ich weiß nicht, ob ich so negativ bin. Ich bin einfach negativ gerade. Ich kann hier wenig positiv bleiben, nachdem ich so oft in Runde 98 verkackt habe. Ich will ein geiles Spiel durch den Handy. Na dann, ab BTV 5 und BTV 6 spielen. Ich mache gleich mal ein O-Trauer-Lock. Heil out Nero Nero. Die Säson sind extrem. Ich habe auch nur ein Damage, nice. Weil es vier BFBs sind. Wir schießen auf jeden Fall. Jetzt haben wir auf jeden Fall drei Punkte, wo wir jetzt angreifen können. Wenn sie vorbeikommen. Puh. Na, wer denkt, dass ich es schaffe? Oder wenn ich es nicht schaffe. Interviewe ist alles gut gegen Sommel. Es ist gegen alle Zeppeliner-Echttricks extrem gut, muss man schon mal sagen. Nicht schlecht. Die können auch Wetten abgeben, Leute. Was ist denn noch geil gegen Zeppeliner, ey? Das ist mir leider zu teuer mit dem Eis-Sappen-Fahrerskopf. Das ist sogar 32.000. Ich kann mir nur noch 23.000, aber mit 32.000 ist ja auch viel teurer, ey. Holy moly. Irgendwie ist mir nur noch der... der Magier hier als einzige Möglichkeit. Na? Mit Arkanen-Nägel. Das leckt immer so krass rum. Runde 95, glaube ich, kommen die tausende DDTs. Die aber glücklicherweise durch die Permaschnachen alle abgehalten werden, glaube ich. Kann jeder, kann jeder sehen, habe ich überall das genannt? Nice. Jeder kann sie sehen. Okay, das war nur 3. Ist nicht so schlimm. Die kommen trotzdem alle durch. Holy shit. Okay, ich kann nicht einkillen. Die sind so fucking schnell. Das ist unglaublich. Das ist eigentlich doch schon die Stufe vor dem Erzmagier. Naja. Grundsätzlich, ja. Habt ihr trotzdem Angst? Ich glaube, ich werde noch einen zweiten bauen. Okay, die Explosion ist extrem heftig. Das ist schon übel. Oh nice. Die sind explodiert. Oh, das Sperrfeuer war sehr nice. Wie viel Cooldown hat das? Oh, eine ganze Menge. Okay, das Sperrfeuer hat, holy shit, macht das Damage. Wir brauchen auf jeden Fall noch eins. Ah, warum nicht? Ach, für den Sinn. 600 Dollar verschwendet. Das darf ich mir nicht erlauben. Das kann ich mir nicht erlauben. Ich wette zwar, dass er gewinnt, so wenig Geld wie Hartz 5 nicht angekommen. Weil Hartz 5 nicht angekommen. Hol dir einen Dark Knight. Naja, jetzt werde ich mir keine Dings mehr holen. Keine Ahnung, ist okay. Ich würde nicht verlieren. Du musst auch mal die Spezialisten einsetzen. Das geht nicht. Hier, es ist Chimps, Leute. Man kann keine Spezialisten einsetzen. Oh, nice. Nice, 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 nice. Bam! Biff, 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 biff. Nice, Leute, nice. Okay, die lässt nicht kommen durch hier. Permastachen hoffentlich nicht durch. Alter. 5000 nur, ist ja gar nichts. Ich habe zwei Arcan-Nägel und trotzdem... Ich rafte nicht, ey, wirklich. Alter, 284.000 Damage. Gibt es auch wieder die Hütte wie Minähe? Es gibt Affenwissen diesmal. Aber das Affenwissen ist ein Chimps auch deaktiviert. Das heißt, du kannst es nicht benutzen. Das ist 2346, 2347 ist es jetzt. Runde 98 kommen extrem viele Keramics. Wir könnten nochmal einen Dings entsetzen. Erzmagier, äh, einen Dings-Arcan-Nägel. Okay, das ist ein Stabilerbau, ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn sie explodieren, dann machen die Damage. Ich bin, weil ich meine vom Panzer. Achso, naja, mache ich doch. Aber ich kann es nicht, äh... Ich muss darauf auf spezielle Runden warten. DDTs zum Beispiel kann ich ganz gut mit dem Skill benutzen. Außer, wir waren die auch cool angewiesen vorhin. Ich weiß nicht, ob in der 99 jetzt auch Dings kam. Ach, verdammt. Äh, DDTs. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Okay, wir haben eine neue Taktik gefunden. Mit instabilis Gebräu spielen. Und dann muss gegen Keramics. Ja, da sind sie nochmal. Machen wir nochmal die Fähigkeit. Bam, 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 bam. Okay, da kommt noch ein Bad. Ich weiß nicht, ob ich dafür das hätte benutzen müssen. Hm. Man kommt ja nichts aus dem Team, weiß ich noch nicht. Oh Gott, die Fähigkeit ist nicht ready bis dahin. Stirbt er? Aber ich glaube, die Permastachen können das halten. Na, jetzt können wir hier noch was machen. Zack, 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 zack. Er hat jetzt einfach mal schon... Es hat gerade mal 14, ne? 246.000 Schaden. Ähm. Tja. Was, nur, dass das Affenpflegerass-Damage, ne? Äh. Ich weiß, das hätte ich gesagt nicht. Jemand hat gesagt, die Permastachen können den Bad komplett abhalten. Zwei Sekunden bis... Äh. Spin. Nein. Nein. Ah. Ich werde irre. Ah. Ich hasse dieses Spiel. Woran lag es da, dass ich das für die Bad nicht kehren konnte? Keine Ahnung, man. Da waren so viele Arkan-Nägel. Ja, was hätte ich mit 9K machen sollen? Ludwig. Was hätte ich mit 9K machen sollen? Erzähl es mir. Na ja, es tut mir leid, um eure Ohren. Alter, da war ein Ninja gewesen. Da war ein Ninja. Er war... Er war die ganze Zeit da. Was, 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 was hätte deiner Meinung nach mit 9K, was hatte das geändert, Ludwig? Ja, ich will mich das Geld haben, ne? Das ihr gesetzt habt. Ja, damit. Was bauen? Ja, was denn, Alter? 9.000 ist nichts. Man kann's nix machen mit 9.000. Nein. Heute ist Ende. Das ist ein paar Affe. Ähm, der Bad ist bis dahinter gekommen und da wäre noch was rausgekommen. Was, was, was hätte ich machen sollen? Den Ton muss es erst noch geben, der für 10.000 so viel Damage machen kann. Ne, heute ist Ende. Heute ist finito. Wir machen Schluss, Leute. Wir haben vier Stunden gestreamt. Fast. Dreieinhalb. Ja. War ein schöner Stream. Wir haben lediglich zwei Chimps, glaube ich, geschafft. Baumstrumpf und Stadtmitte. Zwei Tries auf Fluss... Vier Tries, glaube ich, hat Fluss abwärts nicht geschafft. Flussbett nicht geschafft. Riss ich nicht geschafft. Hier bei 100, hier bei 98 hängen geblieben. Ich raff's nicht. Okay, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Schönen Abend euch noch. Gut. Who knows. Vielen Dank.